Gelesen aus 365 mal R von Wilhelm Busch, 8. Juni Und wenn ich alle meine Habe den Armen gebe und hätte der Liebe nicht, so wäre mir es nichts nützer. 1. Korinther 13, Vers 3 Und wenn wir noch zehnmal bessere Christen wären, als wir es sind, so ist doch unser ganzer Christenstand wertlos wie rostiges Blech, wenn unser Herz nicht erfüllt ist mit Liebe. 2. Korinther 13, Vers 4 Man darf also rufen. Herr, ich bin geistlich arm, ich bin arm an der schönsten Frucht deines Geistes, an Liebe, hilf mir. Und er, der aus Wasser Wein machte, aus Toten Lebendige, aus Sturm Stille und aus Aussätzigen Gereinigte, er antwortet, gib dich nur ganz mir und lass mich in dir wirken. Deine Buße und die Erkenntnis deiner Armut sind der Anfang des Lebens. Unser Text verdeckt unsere Armut auf und das treibt uns, wenn es recht geht, zu Jesus. Herr, erfülle unser kaltes Herz mit der Glut deines Geistes. Amen. Ich kann dir deinen Weg zum ewigen Leben gerne zeigen, aber klingeln musst du schon selbst. Jesus wartet auf dich. Sprich mit ihm im Gebet und lade Jesus in dein Leben ein. Du wirst sehen, er wird dir antworten. Jesus Christus segne dich. Jesus Christus segne dich.